Die Sprache des Herzens verstehen und natürlich Fremdsprachen. Englisch wird, glaube ich, von vielen nicht mehr als Fremdsprache empfunden. So wichtig ist es vor allem durch die EU geworden. Und ich freue mich, unsere Sprachexpertin Katrin Bauerfeind begrüßen Sie dürfen. Hallo Katrin. Good evening. Das ist ein neues Lexikon, ein neues Sprachlexikon. Worum geht's da? Ein absolutes Muss, muss jetzt jeder haben. Oxford-Englisch spricht man eigentlich nicht mehr. Ab sofort spricht man Oettinger-Englisch. Deshalb auch hier der kleine Oettinger. English for Europe. Ah, for Europe. Ja, sehr wichtig. Europe. Ja. Was ist Europe? Europe, Europa, klar. Ach so, auf Englisch. Ja, sicher. Also du merkst schon, es ist ein bisschen schwieriger. Es ist nicht so einfach. Deswegen habe ich gedacht, könnten wir vielleicht gleich mal was lernen. Zum Beispiel dieses Wort, das braucht man im Prinzip ständig. So, okay, eine Session. Ist das finnisch oder englisch? Nee, das ist englisch. Das ist englisch. Das ist englisch for Europe. Ja. Organisation. Organisation. Sag nochmal. Organisation. Organisation. Ja. Man sollte vielleicht die Lippen nicht so weit auseinand nehmen. Organisation. Ja, eher so mit Schwäbisch angehaucht. Organisation. Die Wurzel im Altschwäbischen suchen, ja. Organisation. Organisation. Wir können es uns einfach mal beim Sprachlehrer anschauen, wie es im Original geht. Ja, klar, natürlich. Ja, absolut. Ja, absolut. Organisation. Organisation. Und auch, aber das ist richtig schwer. Ich habe mich schon zum Sprachkurs angemeldet. Ich kann es nicht sagen, gebe ich jetzt gleich mal zu. Economic Equitivities. Ja, du bewegst aber auch den Unterkipp so stark. Es ist mal dieses Economic Equitivities. Economic Equitivities. Ja, ich krieg's nicht hin, ich muss nochmal üben. Und das ist auch sehr wichtig. Broteckendessende Polizisten. Protectionist Policist. Protectionist Policist. Protectionist Policist. Protectionist Policist. Protectionist Policist. Der Brotessende Polizist. Broteckendessende Policist. In Brüssel an jeder Straßenecke. Protectionist Policist. Wie klingt es im Original? Besser. The political inhibition level has been lowered when it comes to competition distorting, subsidizing, protectionist Policist. Aber das ist doch der Wahnsinn bei diesen Jungs von Apple, oder? Was wurde da für ein Geheimnis drum gemacht? Jetzt haben Sie ein Gerät entwickelt. Absolut, for the young generation. Mit dem man seit gestern auf dem Markt... Ja, viele haben ja gar keinen Bock, so ein Buch durchzulesen. Ja. Und deswegen gibt's jetzt den I-Ottl. Economic Active Twizzies. Economic Active Twizzies. Economic Active Twizzies. Economic Active Twizzies. Economic... Ja, also das ist praktisch für alle. Joggen, schlafen, egal wo. Kann man überall nennen. Ja, aber das ist interessant. Man lernt es wie im Schlaf. Absolut, absolut. Vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Sehr gerne. Englisch, Frau EU-Kommissar. Klappe den Bauerfeind.